Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute für vier nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Mafia City. Ich werde jetzt mal starten. Ich muss jetzt die Musik ausschalten, weil letztes Mal habe ich wieder eine Beschwerde bekommen. Naja. Ah, ist zu lassen. Gut. 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 Okay. Gut. 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 Punkt sammeln. Ssssssssssssssssssssssssssssssssssss. Gut. Dann mach mal schnell die Sachen alle. Sssssssssssssssss. Ne. Hm, mein Geschenk? Was ist das hier? Ich habe keinen Schlüssel. Hm, schade. Oh, ich habe viel Post. Da ist ein Geschenk. Ach, Schützen. Oh, ich habe viel Post. Oh, ich habe viel Post. Oh, ich habe viel Post. Das ist immer ein bisschen mehr. Nicht viel, aber ein bisschen mehr. Was ist das denn noch? Abonnieren. Oh, ich habe viel Post. Oh, jetzt brauche ich 16. Das wird bestimmt ein bisschen länger dauern. Oh, die 10 Minuten sind vorbei. Event. Oh, hier ist was. So. Putter und Bargeld. Ja, schon. Sehr, ich habe viel Post. Wenn man es hier unterwegs ist, Mhm, mhm. Muss er eigentlich noch bewerten, ja. Alles lesen. Glauben wir sonst zu lange. Da ist noch eine. Das waren alle Nachrichten, gut. Ich hab immer noch keinen Schlüssel. Die Schlüssel. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Polizien... Wanna talk? Talk to me on Boomstick. Piss off asshole! Or else! Toner des Poliziens man trainiert! Only death awaits the end... Gather your members and crush your enemy! Level 8... And then... Schützen... Rachel... Bill... Theける amp... In My Lisa... General... Bag O alone! The Educators and Sens Characters! Hier ist noch ein roter Punkt. Gut. 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 Planaufgaben gibt es auch. Wartagte German. Wart. Gut. Mein Clan. Was müssen wir noch machen? Clanspinnen haben wir gerade gemacht. Verbrecher trainieren. Hm, sind wir gerade dabei. Komm, wir sind immer freundlich. Wir helfen alle. Okay. Tägliche Belohnung. Umgebaute Fahrzeuge trainieren. Zwei habe ich. Ah, ja. Hm. Na gut. Biker trainieren. Verbrecher trainieren. 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 Schützen. Schützen. Ich muss fünf Leute schützen. Zwei habe ich schon geschützt. Jetzt ist gerade keiner da. Zwei mal. Zwei mal. Das dauert ein bisschen. Ah, ok. Der noch. Und der auch noch. Geht's zu fünf? Oh. Fünf. Spender haben wir, trainieren sind wir dabei. Schützen. Ja, ok. Clan-Hilfe. Ich brauche mehr Leute. War ja klar. Tägliche Aufgaben. Einturm investieren. Hm. Investieren. Sossend. Oh, wieder schützen. Also, das muss erst beendet werden. Oh, wieder schützen. Oh, wieder schütze. Oh, wieder schütze. Ja. Okay. Dann machen wir aber die nächste Forschung rein, ja. Tägliche Belohnung. Fünf. Güterräume. Güterräume. Raubgüter. Raub. Bestätigen. Schnauswahl. Und das sind die Unruhe. Das ist die Vorstehung. Korrgüter. Woh. Los. Die Vorstehung. Ich will das so klein. Ich weiß nicht. Euer ein Gerät. Ja. Diese Vorstehung. Weißt du doch eigentlich. Dann gehen wir hier wieder rauf. Ich kann nur eine Truppe noch schicken. Vorhabe muss ich investieren. Oh, okay. 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 Get lost or I'll rip you to shreds. Oh. Wo schaffe ich das? Ich bin mal gespannt. Und die anderen sind alle bei Raubzug. Wenn du meine Stache bemerkst, wirst du sterben. Na doch. Geschafft. Sieht zumindest da noch aus. Musik. Musik. Hier steht tall. Musik. 109 Euro. Boah. Woher gibt's so viel Geld aus? Schuss. Haha. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, was müssen wir noch hier machen? Das geht ja schon schnell. Das dauert ja mal ein bisschen länger. Planhilfe, Mitglieder unterstützen. Verletzte heilen. Nächstes zum Schützen. Nachricht. Sieg. Dann muss ich jetzt noch... Zwei andere... Nein, drei andere. Get lost or I'll rip you to shreds. Gut. Mensch, das war ja gleich schon fertig. Klarenhilfe geht nicht. Juwelen. Sind vorbei. Verletzte heilen. Mitglieder unterstützen. Geht auch nicht. Also die beiden gehen schon mal nicht. Ausrüstung händeln. Das können wir machen. Daher. Vielen Dank. Gut. Nachricht. Wieder ein Sieg. Noch zwei. Na, da sind sie jetzt ein bisschen länger unterwegs. Na, da sind sie. Na, das geht doch süß auch nicht. Dann gehen wir hier wieder auf tägliche auf. Schmuggelhändler. Ja, muss ich das machen? 20 Mark. Okay. Okay. Hmm. Cut this. Okay. 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 Ich schmuggel nur mit Waren, nicht mit Gold. Ah ja. Gleich habe ich auch keine Ware mehr. Gleich bin ich pleite. Wie viel habe ich gemacht? Noch sieben Stück. Nehmen wir erstmal hier drauf. Get lost or I'll rip you to shreds. Schmuggelhändler. Schmuggelhändler. Okay. Warten wir noch mal ein bisschen. Okay. 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 das ist doch schon mit Facebook ich drück mal drauf Achtung da bin ich und das war es auch schon man muss nur reingehen man muss es eigentlich gar nicht posten man muss eigentlich nur immer reingehen man muss es jetzt doch immer teilen na dann die wollen gehen nicht Bargeld drauf hmm das geht auch nicht Bargeld drauf das ist 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 ja Jetzt habe ich noch tausend Ressourcen. Was war das hier vorne? Gerade da. Oh, ich habe den Brief nicht geschlossen. Was ist das? Alright. Ich habe den Brief nicht geschlossen. Ich habe den Brief nicht geschlossen. Ich habe den Brief nicht geschlossen. Warte mal, nochmal. Summeln. Auf das tägliche Gehen. Gehen wir nochmal aufs Facebook drauf. Ich gehe jetzt nicht auf da drauf, sondern auf Escape. Was hat er jetzt gefressen? Ne, haben wir noch nicht. Egal. Da sind wir bei. Verletzte Leute heilend. Geld macht den Weltmeier. Wir sind nicht anders. Aber wir sind anders. So, was es ist? Money makes the world go round. We're no different! Money makes the world go round. We're no different! Geld macht die Welt rund. Wir sind nicht anders. Das kommt später. Okay. Komm, mach mal das. Oh nein. Inventive Ressourcen. Jetzt habe ich ein bisschen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Das war's jetzt. Eine noch. Ach Mensch. Ach Mensch. Jetzt. Zack. Oh. Schein kann ich nicht abholen. Ah. Noch vier Punkte fehlen mir. Vier Punkte. Spender. Spender. Schrauben. Wargeld, Raub, Güter, Raub. Die waren gehen auch nicht. Da bin ich bei. Was ist mit dem Handel? Ok Verletzte Leute heilen Keine Verletzten da Dann Ah, wenn ich 4 Stück habe, kann ich einen grün machen. Aber ich habe nur Darts 2, 2, 2. Ich verstehe Dann wird das hier schon mal nicht gehen Das geht nicht Bargeld drauf Wie lange dauert das jetzt? Direkte Zeit steht da nicht bei Ach da, 20 Minuten und eine Stunde fährt es Na gut, ok Ich würde mal sagen, das war es denn schon für heute Das geht nicht mehr Da bin ich am trainieren, das dauert noch Da bin ich einmal bei Geht nicht, bin ich bei Geht nicht Das geht auch noch nicht Da brauche ich noch mehr Diamanten für Ja, meine Leute Habe ich schon geheilt Keine Ahnung warum das noch da ist Nach 30 Verletzte deswegen Warte mal, das kann man auch Hier Das habe ich 2 Leute in Äh 2 Leute, 2, 2 Züge, wie nennt das? Raubzüge in Gange Dann kann ich jetzt nicht mehr kämpfen dann hätte die straßenkämpfe auf ich würde mal sagen das war's für heute und mache hier mal feierabend ich schon mein ticket noch und sagt dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid bis dahin für euch viel spaß und auf wiedersehen bis 2019 ok